Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, ich möchte euch gerne kennenlernen und deswegen dachte ich mir, es wäre ganz toll, wenn wir mal so ein Abonnententreffen machen würden. Und ich weiß ja, ihr lebt alle über Deutschland verteilt. Und ich habe mir jetzt so drei Orte ausgesucht in drei verschiedenen Teilen Deutschlands, die für mich in Frage kämen, wo ich euch treffen könnte. Und es wäre ganz toll, wenn ihr mir in den Kommentaren schreiben würdet, welche dieser drei Städte für euch am besten wäre. Und dann schaue ich mal, was ich machen lasse und informiere euch dann, wie ich mir das dann so weiter gedacht habe. Und zwar wäre Frankfurt eine Möglichkeit. Und zwar könnten wir uns da Ende Juli schon treffen. Wenn euch aber eher Köln passen würde, könnten wir uns Ende August beim Video Day sehen. Da bin ich am Samstag, da könnten wir auch ein Abonnententreffen machen. Oder aber vielleicht sind ja auch einige von euch aus der Nähe von Dresden. Dann können wir uns auch sehr, sehr gerne mal in Dresden treffen. Also schreibt mir in den Kommentaren, welcher dieser Orte für euch am günstigsten ist. Vielleicht mache ich auch zwei Abonnententreffen oder an jedem Ort ein Abonnententreffen. Ich meine, wenn da schon drei, vier, fünf kommen, wäre es doch schon grandios. Und zwar sind die Orte Frankfurt, Köln oder und Dresden. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, welcher dieser Orte euch am bequemsten ist, euch am besten passen würde. Ob ihr vielleicht überhaupt Lust auf ein Abonnententreffen habt. Vielleicht habt ihr gar keine Lust, mich zu treffen. Dann schreibt mir das auch in den Kommentaren. Ich würde euch sehr, sehr gerne mal kennenlernen und hätte da voll Bock drauf. Und bin auf eure Kommentare gespannt. Das war es schon mit diesem sehr kurzen Video. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.